Schön, dass du hier bist zur Einschlafmeditation Traumgarten. Mein Name ist Annika Henkelmann. Lege dich so bequem wie möglich hin. Mache es dir so richtig gemütlich. Und wenn du soweit bist, schließe deine Augen. Erlaube deinem Körper und deinem Geist, sich langsam zu entspannen. Für heute ist alles getan. Du darfst dir erlauben, alles loszulassen. Lausche einfach meiner Stimme, lausche der Musik und den Klängen. Und lasse dich vollkommen fallen. Komme ganz zu dir. Du wirst während des Hörens immer mehr in eine wohlige Müdigkeit sinken und einen tiefen und erholsamen Schlaf genießen. Dein Körper atmet ganz von allein, ruhig und entspannt ein und aus. Du darfst dir erlauben, jetzt einfach zu sein und ganz langsam in eine tiefe Entspannung einzutauchen. Mit jedem Ausatmen wirst du ruhiger. Mit jedem Ausatmen lässt du noch mehr los. Und mit jedem Ausatmen knifflen. Mit jedem Ausatmen Jegung. Zuming. Dein Körper Dein Körper wird immer entspannter, immer schwerer. Und auch Dein Geist kommt langsam zur Ruhe. Dein Körper Beobachte Deinen Atem, wie er ruhig und gleichmäßig kommt und geht. Wie er kommt und wieder geht. Die Wellen der tiefen Entspannung und Ruhe strömen durch Deinen Körper. Du wirst vom jetzigen Moment liebevoll getragen. Du bist sicher und geborgen. Du bist ganz bei dir. Stell dir nun vor, dass du an einem schönen Sommertag barfuß auf einem Grashügel stehst. Und direkt vor dir siehst du eine mit Gras bewachsene Treppe, die mit zehn Stufen hinunter in einen großen paradiesischen Garten führt. Du wirst diese Treppe gleich ganz sicher und bequem hinabsteigen. Und mit jeder Stufe wirst du dich noch etwas mehr entspannen. Du nimmst bereits jetzt wahr, dass dieser Garten ein ganz besonderer Ort ist, der nun auf dich wartet. Du betrittst langsam die obere, die zehnte Stufe. Du spürst das weiche Gras unter deinen Füßen. Du betrittst die neunte Stufe. Du bist erfüllt von tiefem Frieden. Du steigst auf die Stufe 8, vollkommen ruhig und entspannt. 7, du wirst immer ruhiger und ruhiger. 7, 06, 06, 07, 07, 07, 08, 07, 08, 07, 08, 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 09, 08, 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 Vier. Drei. Zwei. Eins. Du bist ganz unten angekommen und gehst nun langsam Schritt für Schritt durch das weiche grüne Gras. Der gesamte Garten ist in ein ganz besonderes warmes Licht getaucht. Ein Licht, welches du so noch nie zuvor gesehen hast. Alles schimmert und funkelt wie tausende kleine Diamanten. Du fühlst die Energie dieses magischen Ortes, die sich immer mehr auf dich überträgt. Friedvoll. Voller Liebe. Du gehst langsam weiter und siehst große, stolze Bäume, deren Blätter im Wind rascheln. Du schaust sie dir an. Ihre Baumkronen. Ihre Stämme. Manche Bäume tragen süße, saftige Früchte. Du bist umgeben von herrlich duftenden Blumen. Sie leuchten und strahlen in den schönsten Farben. Sie leuchten und strahlen in die just sequel, loshoten. Sie leuchten einem Blumen des Blumen des Blumenes. tube spartige Früchte. In der Nähe des Blütes fliegen von Blüte zu Blüte. In der Nähe des Blütes fliegen von Blüte. In der Nähe des Blütes fliegen von Blüte. In der Nähe des Blütes fliegen von Blüte. Und her. In der Nähe des Blütes fliegen von Blüte. In der Nähe des Blütes fliegen von Blüte. Du hörst die fröhlichen Lieder der Vögel. Und ein Gefühl der tiefen Verbundenheit dehnt sich in dir aus. Du fühlst dich eins mit der Natur und mit all der Schönheit um dich herum. In der Nähe des Blütes fliegen von Blüte. Du näherst dich ihm Schritt für Schritt. Unter dem Baum siehst du eine gemütliche Liegewiese aus watteweichen, dicken Kissen. Du lässt dich voller Vertrauen rückwärts in die Kissen fallen. Ihre Weichheit trägt dich sanft und schützend. Eine Weichheit, die du so intensiv noch nie gefühlt hast. Du atmest wohlig ein und aus und schaust verträumt in den hellblauen Himmel. Hier und da ziehen ein paar kleine Wolken vorüber. Hier und da ziehen ein paar Blüte. Dann schließt du deine Augen und tauchst noch tiefer in das wunderbare Gefühl der Entspannung ein. Du bist ganz bei dir. Du bist müde. Herrlich müde. Du lauschst den Klängen. Du fühlst dich glücklich. Friedvoll. Sicher und geborgen. Du fühlst dich glücklich. Du bist ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Dein Körper ist schwer. Du lässt alles los und bist vollkommen entspannt, herrlich entspannt. Du wirst immer ruhiger und ruhiger. Du fühlst dich verbunden mit dir selbst. Verbunden mit allem. Verbunden mit dem gesamten Universum. Und du sinkst in eine noch tiefere Müdigkeit. Du lässt dich ganz fallen und wirst getragen von Liebe und du genießt dein Sein im Hier und und jetzt. Du bist so entspannt, dass du ein ganz leichtes, angenehmes Kribbeln auf deiner Kopfhaut spürst. Auf deiner Stirn, deiner Kopfkrone, deinem Hinterkopf. Es fühlt sich wunderbar an. Es dehnt sich langsam aus, strömt in deinen Nacken. In deine Schultern. In deinen Rücken. In deine Schultern. Deine Muskeln entspannen sich mehr und mehr. Du bist so entspannt, dass du dich keinen Millimeter bewegen möchtest. Du sinkst tiefer und tiefer in die Weichheit der Kissen. Dein Brustraum ist weit, dein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Du bist so entspannt, dein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Deine Arme und Hände kribbeln wohlig und werden immer schwerer. Deine Oberarme. Deine Oberarme. Handgelenke. Handflächen. Handrücken und jeder einzelne Finger. Du spürst das leichte Kribbeln in deinen Beinen und Füßen, in den Oberschenkeln, Unterschenkeln, in den Fußsohlen, Fußrücken und in jedem einzelnen Zeh. Du bist vollkommen ruhig und entspannt. Du fühlst dich wohl, unendlich wohl. Du bist vollkommen ruhig und entspannt. Du badest in Liebe und Frieden. Du bist vollkommen ruhig und entspannt. Du bist vollkommen ruhig und entspannt. Du bist morgen ganz frisch und erholt aufwachen. Gute Nacht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020